So, da sind wir wieder. Zurück bei Dragon's Dogma Dark Risen. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind immer noch dabei, den Kopf der Hydra zu eskortieren, wenn man so will. Um eine Audienz beim Herzog zu erhalten. Es ist sehr spannend. Ja, total spannend. Und die Hälfte des Weges, also gut, schon eigentlich... Ja, doch, die Hälfte des Weges haben wir hinter uns gassen. Upsala. Wir müssen halt darauf achten, dass der Ochse da am Leben bleibt. Am besten auch die Kämpfer. Das wäre natürlich am besten, aber... Wer bin ich schon? Das Spiel weist uns natürlich freundlicherweise darauf hin, dass wir diesen Hebel hier umlegen müssen. Oh! Over there! Ja! Ja! Bis jetzt muss ich sagen, sind wir gut dabei. Es ist keiner gestorben, wie es aussieht. Glaube ich zumindest. Die Escorte ist noch da, Mercedes ist noch da. Scheinen alle da zu sein. Ready yourself! Lauf doch ein bisschen schneller, bitte! Ihr macht das schon. Man kann die glaube ich auch, damit die ein bisschen schneller geht, einfach mal treten. Da musst du aufpassen, wenn man sie tritt, das tut dir dann scheinbar weh. Sollte man also, ups, nicht zu oft machen. Aber man kann sie auch wieder hochheilen. Ja! 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 Leben alle noch. Sehr gut. Sehr gut. Wenn ich einfach ein neues Spiel mit meinem alten Charakter anfange. Wenn ihr da Lust drauf hättet. Dass ich euch da mal so ein bisschen zeige, was da so abgeht und so. Könnt ihr mir einfach mal sagen. Bis dahin spielen wir einfach hier so weiter. So. Ein guter Start zu jeder Aufgabe ist, zu sprechen mit anderen. Wir beginnen mit dem. Der Duke ist großartig. Zwischen seinen Wurzeln ist ein Sovereign und ein Wormhunt. Entschuldigung. Ich konnte es mir nicht verkneifen, das sieht immer so lustig aus, weil die sich immer so vordrängeln. Wenn wir die dann wegfliegen. Angekommen! Ich werde den Kastel direkt auf dem Kastel geben, um meine Report zu seinen Wurzeln zu geben. Ich werde das Wurzeln für dich, Freund. Ich werde das Wurzeln auf dem Kastel geben. Die Gegenstände, die ihr erhalten habt, wurden zwischen euch, eurem Lager und euren Hauptfassalen aufgeteilt. Ich habe einen wichtigen Gegenstand verloren. Was denn für einen? Kann ich mir nicht vorstellen. Ich werde das Wurzeln auf den Kastel geben. Alles? Wurzeln? Schau, was das auch? Ich werde das Wurzeln machen. Um zu hören, was ich zu sagen muss, habe ich lange für eine bestimmte Worte versucht, Salome's Grimoire. Er hat gesagt, dass seine Worte die Macht, um den Worte zu erzeugen, um die große Arcanische Magik zu erzeugen. Der Buch selbst ist entsorzelt, du siehst du. Selbst ein Novus ist wie ein großer Wurziger mit dieser Grimoire in Hand. Ich würde dich fragen, dass du es ausfügt und es zu mir bringen, Sir. Recompense? Recompense, lass uns über solche Dinge sprechen, wenn du das Buch gefunden hast. Okay, machen wir. Tja, Kuriositäten, Lana. Hier müsste ich jetzt erstmal auf die Karte gucken. Die Stadt ist nicht gerade klein. Aber hier wird mir auch nichts angezeigt. Detaillierte Karte, Umgebungskarte, nö. Später, 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 später. Und so? nicht hin die Schuhe des Pätschüsse der Jochen Graf so entspannen die sich gar nicht gestürzt ist ein bisschen bis das Wettbewerb die BD die BD so hier kann ich jetzt meine Laufbahn wechseln und ich werde natürlich hier später werden magischen Bogenschützen spielen, weil ich den immer spiele. Aber jetzt möchte ich erst einmal hier gucken, Fertigkeiten lernen. Das ist das, was ich gerne von Magier hätte. Er ist leider noch nicht so weit, dass er da neue Sachen hätte. Kernfähigkeiten. Schauen wir mal. Okay, das ist was anderes. Den muss ich noch ein Weilchen so spielen. Aber ich will dem da jetzt erstmal nicht zu viel ausgeben. Genauso wie mir. Obwohl ich eigentlich meine Laufbahn schon wechseln könnte. Ähm, ja, bitte. Ah, ich hab nicht genug Punkte. Ach, Beto. Da muss ich warten. Kein Problem. Verwaltung des Lagers. Einlagern. Bitte. Da ist alles weg. Weg, 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 weg. Die brauche ich derzeit auch nicht. Weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Weg, 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 weg. so ja ja ich brauche jetzt aber scheinbar einen kuriositätenladen und damit meinen die vermutlich nicht die schwarze katze das bist du? Papierladen, hier kann ich meinen Aussehen ändern oh guck mal wer da ist irgendwas Neues? nein die will ich hier später auch einen Laden haben so und der hier verkauft jetzt Reisesteine die ich noch nicht brauche Skelettschlüssel, Latzlrossplitter, blablabla hier sind halt die, ich zeig euch das mal die richtig coolen Sachen alles kann ich euch leider nicht zeigen weil ich die Klassen dafür nicht hab hier so die Stäbe und alles drum und dran ist schon echt nice, was er hier so verkauft auch klamottentechnisch verkauft er hier coole Sachen aber oft kommt's vor, dass die Sachen schlechter sind als das, was man hat verkauft hier auch Rüstung da fällt mir ein hab ich nicht hab ich nicht lass mich doch mal gucken laufe, 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 laufe die 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 entnehmen ich müsste doch eigentlich hier die ganzen Sachen drin haben, schaut mal, ich hab hier schon so ein paar Sachen drin aufgrund der Tatsache, dass ich die Playstation 4 Edition gekauft hab von Dark Arisen was ich sehr, sehr cool finde was ich sehr, sehr cool finde den krieg ich, den kriegt er das kriegt Joel ich lege jetzt erstmal einfach alles drüber und dann gucke ich mal, das hier sind Garnituren Kostüme und so weiter finde ich persönlich jetzt nicht so toll aber muss halt jeder selber wissen hier haben wir Liftsteine und wir sollten eigentlich auch, hier unten ist er der ewige Reisestein damit müssen wir niemals Reisesteine kaufen weil wir damit immer reisen können was sehr praktisch ist wie ich finde weil das natürlich auch Gewicht ist, dass uns später nicht stört das schauen wir mal du machst ich nehme das das kriegt Joel da muss ich mal gucken das ist besser als das, was die normale Abwehr angeht aber schlechter als die magische Abwehr so ähm du kriegst auf jeden Fall die schon mal da hätte ich natürlich auch mal früher drauf kommen können, ne, dass ich die Dinger da im Inventar hab aber ich check ja natürlich wie immer nix so, dass wir sie nicht brauchen, das Lager haben wir jetzt natürlich erstmal wieder ein Später werde ich auch mal eine Lagerverwaltung machen, keine Sorge das wird da jetzt nicht alles drum rumgammeln und jetzt quatschen wir mal mit den Läuten hier in der Vasallengilde Läuten hier in der Vasallengilde Hallöchen ja das sind die Medaillen der Schwüre das einzige was an den Dingern interessant ist ist, dass man immer diese Riftsplitter Bündel bekommt, aber das mache ich jetzt nicht. Ich habe mir mit meinem anderen Charakter die Mühe gemacht, alle zu sammeln. Die sind auch alle im Lager. Das heißt, man müsste sie nur in einem Spieldurchlauf sammeln. Aber sie bringen nichts. Ah! Ich muss den Reisestein noch aus dem Lager holen, weil den brauchen wir jetzt. Ja, wo war der denn jetzt da? Warum bin ich immer noch auf leichter, weil ich den ganzen Kram hier mit mir rumtrage. Ja, ja, ich komme später wieder. Kann ich jetzt? Du hast immer noch nur das. Und ich habe immer noch nicht genug Disziplin. Okay. Wie gesagt, ich werde auch Joels Laufbahn wechseln. Weil er später ein Zweihandkrieger bei mir wird. Ich nehme immer nur als Zweihandkrieger mit. Hallo! Ähm, bei ihr kann man halt gut, ähm, so ne Sachen hier kaufen. Ne? Luftdichte Flaschen sind, äh, für ein paar Quests wichtig. Ich werde eine Spitzhacke kaufen. Man kann die zwar auch finden, aber wenn ich jetzt schon grad hier bin, kaufe ich die jetzt einfach. Und die werde ich Joel übergeben. Damit er dann später schön... Damit er dann später schön die Erze hacken kann. Mhm. Also muss ich mal kurz, drücke immer den falschen Knopf, auf die Karte schauen. Ich kann also ruhig da lang gehen. Und das andere wäre da oben. Es gibt so ein paar Sachen, die sollte man definitiv tun. Ähm, jetzt, wie gesagt, würde ich dann erstmal hier hingehen. Ähm, weil wir dann Richtung Hexenwald kommen, um die Quest mit Kina zu machen. Die haben dann nämlich auch noch Folgequests, die man erledigen kann. Und, ähm, damit das alles nicht zu weit voranschreitet, habe ich deswegen auch die Quest, die in der Vasallengilde verfügbar war, noch nicht angenommen. Wer weiß, was liegt in der Moment. Best proceed mit Caution. Seems all roads lead to Grand Soren. Ah, dieses Spiel hat so seinen ganz eigenen Charme. Ich finde das so toll. Ich könnte das eigentlich die ganze Zeit spielen. Ich habe das mal ne ganze Zeit wirklich jeden Tag über Stunden gespielt. Einfach, weil ich so, so, so mag. Weil ich das halt so gerne spiele. Es ist nicht, nicht für jedermann was. Das, das kann ich auch verstehen. Aber ich mag diese, diese Mischung aus, ähm, ja sagen wir mal Dragon Age und, ähm, ja so ein bisschen Dark Souls. Und dass man halt auch so auf die Monster halt draufklettern kann und so, finde ich super, super cool. Boah! Geht! Hau ab! Oh, da ist eine Kiste. Interessant. Oh, da ist eine Kiste. Interessant. Eine Tarnrüstung. Eine Tarnrüstung. Nee. Nee. Hui. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich bin hier noch nie lang gegangen. Ich weiß gerade ehrlich gesagt gar nicht, wo wir sind. Was war das? Was? Das klang nach einem Ogre oder sowas. Es ist ein Ogre. Zyklo. Whateverness. Ah, ich will sterben! Oh nein! Ich dachte ich komme da runter! Scheiße! Upsi! Egal. Man muss auch mal sterben können. Ja, das ist eigentlich auch der passende Zeitpunkt, um den Part zu beenden. Wie gesagt, wenn ihr Bock habt, dass ich vielleicht doch mit dem anderen Charakter spiele, ich guck mal. Ich hoffe sehr, dass meine Speicherstände noch in der Cloud vorhanden sind, was sie eigentlich sollten. Ähm. Und, äh, ja. Wenn euch der Part gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da, gebt mir ein Like. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es heißt Let's Play Dragon's Dogma Dark Arisen. Habt bis dahin noch einen traumhaften Tag. Und bis dahin, haut rein! Tschü tschü!